Okay Leute, wir schauen uns heute ein Video vom Mr. Wies wieder an. Es ist mal wieder soweit. Letztes Video war ein sehr langer Banger, ich sag's so wie es ist. Heute dagegen haben wir ein sehr kleines und kurzes Video, wie mein kleiner Pipi-Mann. Deswegen Leute, lasst ein Like, Abo da und wir gehen rein in die Reaktion. In 10 Minuten wird dieser Raum explodieren. Ich bin gespannt, das Video geht auch genau 10 Minuten, deswegen, let's go. Allgemein dieses ganze Setup-Schummel, das ist so krank. Das Video ist komplett real-time. Ihr seht, es ist genau 10 Minuten lang. Es gibt keine Kutze, du siehst alles. Und wenn Darcy nicht erhebt, und er hat alle 5 Minuten in dieser Stunde. Und drückst den Button, bevor der Timer zerreht, und sein Geld explodiert. Okay, er kommt runter. Okay, das ist unser 1st-ever-Real-Times-Shoot. Wir müssen schnell, 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 schnell. Ich kann mich nicht vorstellen, dass es wirklich ein Real-Times-Shoot ist, wo er wirklich 10 Minuten Zeit hatte. Wie hat er das so schnell aus der Jacke rausgeschafft? Das ist so ein Professional, oder? Okay, was passiert hier gerade? Es passiert so viel und so schnell, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Er ist aber wirklich schnell, ne? Das ist so ein Entfestungsexperte, oder? Können die einen von uns da reinpacken, wir würden komplett sterben, da? Oh, was muss er da machen? Oh, er kann irgendwie dann klettern, oder über diesen klebrigen Boden gehen. Es wird auch klettern. Komm! Let's do it! Two minutes has gone by! What's going on your head, man? Oh, no. What do I do? Oh, are you spinning, stop spinning! That is not good, because that is the stickiest glue in the world. I'm not even joking, he'll lose his shoes. Oh, yeah. It's already been two minutes! Komm schon, Junge, zieh durch jetzt, dir! Ich hätte es so gerne gesehen, dass er da reingetritt in das ganze, das wäre so geil gewesen. Und jetzt kommt er in der Krasse. Was ist das? Oh mein Gott, ich bin so leid. D'Arsch ist so leid, aber er macht seinen Weg nach der Krasse. Der Krasse. Der Krasse muss relativ einfach sein. Okay, D'Arsch! Das große Krasse! Ja, diese zwei Krasse sind die einzige, die von den Krasse überrascht. D'Arsch, da ist eine Maschette! Du musst aus dieser Krasse! Du verlierst du Zeit, was du machst? Das muss so anstrengend an der kurzen Zeit, ne? Jetzt kommt ein bisschen Werbung, oder? Das ist jetzt so eine klassische Mr. Beast Werbung. Der ist krass. Der ist krass! Der ist krass! Der ist krass! Der ist krass! Der ist krass, über 7 Minuten zu vermitteln, bevor du die 250.000 Dollar zu eröffnen! Der ist krass! Der ist krass, der ist krass! Das ist so schrecklich alles. Das ist so schrecklich alles. Das ist so schrecklich alles. Das ist so schrecklich. 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 Ich habe jetzt ein 10 Minuten Video. Ich würde da mehrere Zuschauer durchschicken. Und wer die beste Zeit hat, ist gar nichts. Weil ich kein Geld mehr mehr hab. weil das einfach zu teuer ist. Ja, er muss halt wieder hochgehen und Luft holen. Jetzt kommt noch mal Werbung für sein Schokolade. Feastables! Was denkst du von Feastables? Oh, das ist mein Lieblingsbeugel. Oh nein, er geht nur zum einen, der es schaffte. Hey, hey! Hey, nimm, nimm der andere! Hör die andere! Du musst immer weitergehen! Wir haben 4. Wo ist die Zeit übrig? Oh, 3 Minute. Oh.... Ja ich habe es nur noch 30 Sekunden. Er könnte das nicht einfach. Ich glaube er schafft es, ich glaube er schafft es, es wird so ein richtig enges Leben. Er schafft es safe, oder? Zwei Minuten, wir brauchen noch eine Mute oder so, eine Minute für alle glaube ich. Das schafft er, das schafft er, ist leicht, kein Problem für ihn. Oh. 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 hit this what is he doing er hat morgen ein kind er kriegt morgen ein kill man konnte sein auto nicht mal ganz hören perfekt das war's das war's mit dem video hey okay das war's mit dem video lasst ein like abon wir sehen uns im nächsten video